Willkommen zurück zu deinem Simulator 7 in 2.0 von der Shu-Story. Wir sind hier schon wieder vom Shishui-Tor. Dong Zhuo geht es jetzt an den Kragen. Oder halt noch nicht. Ganz bekannte Gesichter hier, Gong Sun Sang, Yuan Shao, Cao Cao haben wir auch schon gefunden, Dian Vey. Ja, kannst mir freundlich die Hände schütteln, Dian Vey. Of course, it's all to help Brother make a name for himself. Try not to get ahead of yourself. Our actions reflect on Brother, whether for better or for worse. You think I don't know that? Man, you guys need to lighten up a little. Wo ist Zouzou? Da ist er! Things are not finished, just because we defeated Dong Zhuo. The chaos will continue, until we can plan the lasting roots of peace. Alle sind gegen Dong Zhuo, weil er so ein Tyrann ist. Oder weil er als Tyrann dargestellt wird. Den man in die 10 Nenuhu besiegt. Mit Yuan Shao. Rest assured, we are fighting for the most righteous of causes. Fear not. Step forth and be proud, for to battle we march. Das ist halt ein bisschen, ne, die Stimme. Richtig episch gemacht. Und go for it! Yuan Yu ohne sein episches Pferd. Na gut, ist ja eigentlich Lubus Pferd. Roter Hase jetzt, yo. Oh yeah! Kommt schon! Na, erstmal ne Karte hier. Wer darf nicht sterben? Liubei und Yuan Shao dürfen nicht sterben. Surprise, surprise. Yuan Shao, hmmm, Yuan Shao, hmmm, okay. Yo, die Schlacht kämen wir schon. Erstmal den Asi da oben wegkloppen. Yuuu, Huaxiang fühlt sich wieder cool, ja. Ich muss so viel gespusten. Kann ich schon so. Das wissen wir. Nein, ich hab nicht die Courage, um den zu besiegen, weil ich erst 2G jetzt besiegen will. Das hab ich letztes Mal gemacht, in der Wu-Story. Sofort zu Huaxiang. Diesmal mach ich's anders. Warum? Weil, Baum, und weil ich's kann. So mehr nicht zu bieten, sagen G, als nur abzuwehren. Alter! Doch wegrennen hat er noch zu bieten. Du Noob! Du Loser! Warum rennst du nur weg? Stell dich doch wie ein Mann in Zweikampf! Dum 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 dum! Na, Huaxiang und Rampage. Den holen wir uns doch jetzt mal. Komm her, wenn du dich nur traust. Oder, wenn du sterben willst. Oder, wenn du sterben willst. Huaxiang, dein Tod ist nah. Gleich ist es mit dir aus. Ende aus, Mickey Maus. Na egal. Lassen wir das. Du, 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 du. Halt mal diese langen Reisen. Mann, Guanyu. Kauf dir mal ein schnelles Pferd. Auf die Plätze. Fertig. Fert. Ich. Ja. Flachwitz-Alarm. Ja, Zau-Zau. Muss es alleine erstmal schaffen. Ich muss Huaxiang ohne. Und nicht dir helfen. Tut mir leid. Tut mir sorry. Aber. Der gute, wer ist das? Der gute Mr. X. Der gute Zhang Miao. Der gerne miaut. Hat Probleme. Denn der wird von Huaxiang verfolgt. Speed. Das war dein Need. Schnell. Deine Bogenschütze erstmal platt machen, ne? Huaxiang, find's gar nicht so geil. So. Jetzt. Epic 1 gegen 1 hier. Ne, wo bist'n? Ja, wo ist der denn? Der Rittweck. Vor dem großen Guanyu. Och, wie süß. Da, da, doch. Ein bisschen Schiss. Da, da. Komm her, man. Du lächerlicher Lappen. Du. Du abgelaufenes Butterbrot. Du. Dein Ende ist nah. Alter. Lauf doch nicht weg, du feurige Sau. Ja. Gib auch. Bestell dich dem Schicksal. Stell du dich erst mal, du Schicksal. du Spaten. Ach, komm doch. Das wär's halt nur ab, damit er gleich wieder wegrennen kann, ne? Nach meiner Kombo. Ah, ist klar. Scheiße, ey. Rückzug. Wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen. Aber jetzt tue ich so als... wollte ich es vorher nicht. Und Schlitz und Thor. Und tschüss! Sag, tschüss! Tschüss. Was für ein Noob. Ja, Gefreiter. Kauf dir ein Butterbrot. Der ist du den ganz gut. Solange es kein abgelaufenes ist. denn das war ja schon gut hier ja südlicher ist umstellt jetzt noch die andere die nordseite und die frontseite das muss auch nur umstellt werden dazu helfen erstmal zau zau und danach füttern wir die gefreien ihren täglichen drohen oder was die sich noch eines einziehen fachschau schau 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 schlitzend schau 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 sch die gute fuhr mehr aus dieser misslichen lage retten er muss die erfahrung man braucht er braucht es nicht er braucht er wo ist es aber okay schuhe hat er von zalando bestellt ist klar und jahren hat kein essen mitgebracht kein poland na gut ist er selbst schuld dass er demoralisiert ist würde ich mal sagen ne wir helfen jetzt erst bei youtube das schafft schon jeng fei aber johann schuhe hat probleme das zurecht obwohl gar nicht mal drei gegen zwei soll das wissen meine arbeit doch getan nicht alles um mich schieben wir sparten hier ist maus schon gleich angepisst war einfach zu beschuldigen geht halt schlecht mehr ohne alexander holz raus an die frische luft obwohl das auch offen war wie in der römischen antike damals im alten rom gab es ja auch räume im haus die offen waren ganz merkwürdig aber da war auch dann so bad und wenn es geregnet hat bad voll wassersparen like a boss ja ist wirklich so ich weiß jetzt nicht mehr im fachausdruck nicht sanatorium sage denn meckern wir alle in den kommenden wo es hieß nicht so und jetzt habe ich es doch gesagt schickt egal was soll es eins ist klar doming wird sterben und das ziemlich schnell der sohn von dongzhu der es nicht eigentlich nicht ist weiß wirklich nicht das ist der sohn aber jetzt ehrlich er will von dongzhu und kind und das freiwillig weil er kann vielleicht eine frau dazu gezwungen haben aber sonst machen wir mal musu oh ja weg ist mensch das ist alles leichtes futter für in den jungen genau wie wangfang das ist leichter fangen leichte beute für heute die leute von heute freundin der nacht die modernen unterhaltung man das geht wangfang gut job aber es hat nicht ganz gereicht das wurde leider nur ein zehntel abziehen können es ist mehr als ein zehntel so war wieder fast voll das ist das wichtigste überleben das ist ja das worauf es ankommt ja das ist es denn wir sind guanju survival und ich höre auf zu singen obwohl der soundtrack cool ist wir helfen lieber sunjian und der wuermi na gut zeigen mir auch wie geht's Husser der coole typ hier wenn er mit seiner assassin maske da mit seinem tuch vor dem maus na gut das war auch Geschichte wie das ganze Spiel denn das basiert ja auf Geschichte ja gut der war wirklich schlecht gut sehen zeigt mir deine zehen oder hast du Fußpilz oder was ist los man komm doch oh alter nicht so aggressiv ja nicht so stürmisch dann machst dir keinen guten Eindruck mit genauso wie du ach so es war ja wieder gut sehen naja tschüss wohl alter Verwalter halt nie viel los können wir im Sprung Musu ne das ist der andere Musu wow ist ja geil wieso hab ich immer den anderen gemacht tschüss wo er Xiong ist aufgetaucht bad timing oh ne er greift echt noch mal an tatsächlich wieso denn das das war nicht viel dazu gelernt du bist noch schlechter geworden congratulations see to the tour wurde erobert kein Problem und ich glaube ich hau wieder zu laut heute her mal ganz ehrlich haben wir jetzt 13 Minuten weg das ist doch vollkommen okay ja Zopi gegen den müssen wir uns jetzt auch irgendwann stellen oder nicht unbedingt wissen wir das gute Frage doch könnte sein boah war ja auch echt schwer Guan Yu ne jetzt kommt die richtige Hulao Tormusik oh yeah open the door please lasst mich doch rein so rein wie ein Ferkelschwein was soll's Lubu kommt das die Tatsache das ist das Schlimme oh no oh my fucking god shit den packen wir wieder nicht und ich hab kein Musu voll tape das ist gar nicht gut sowas von schlecht gib mir mal in mein Pferd ich bin sick of waiting komm du kennst wer ich bin ich bin der verletzte Zhang Fei zusammen sind fast stark wie die drei Musketiere hier oder was komm her Lubu du kannst doch gar nix nur pausen oh er kann doch was er kann doch was sorry Lubu war nicht so gemeint chill 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 und tschüss oh und gut du sagst tschüss oh god tschüss oh yeah oh yeah oh ist das mies oh wie alles abwehrt man oh gosh chill chill doch mal du blöder Sack na ich will dich besiegen Figuren Judenmann der Kriegsgott Soldats so gut Judenmann gelähmt bisschen gelähmt haben gehen Rollstuhl alter und nochmal gelähmt oh 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 du scheiße man oh god oh my god oh fleeter der mächtige Lubu verpisst sich also ach so ist das ja oh das ist ja süß na oh soll ich da etwa heulen es ist ja wohl zum heulen dein Skill ist denn los Lubu ach man ey kommst halt mach dein Arm aber nicht sehr viel Ehre musst dich mal anmerken du Feigling du Noob Lubu was ist mit dir denn los das ist der schwere Modus ist hier nicht auf leicht oder so das war schon schwer ich hatte halt Glück dass ich den immer gestunt hatte den Assi den asozialen Hartz 4 Empfänger ja ein Ding das ist ja ein Ding dass du schon tot bist verdammt ist es so 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 what ähm Pferdchen uh soll ich Epona's Lied spielen oder was kommst geht auch ohne The Legend of Zelda Insider aber egal Katapulte braucht keine Sau doch die Tore müssen wir nur ein reißen Gaoshun das ist ein starker Offizier eigentlich aber keine Chance gegen Guan Yu Smoosu und tschüss Mann geht Bann geht sterben so boah Guan Yu räumt so auf 10.000 mal besser als Liu Bei no joke ja Ulao Tor was wohl ist schon zerstört okay ohne Katapulte ist doch ein bisschen anders in der Schuhe sorry ihr seht das schon obwohl es im Prinzip ja noch die gleich Schlacht ist aber es gibt immer so kleine Änderungen natürlich gibt's auch ganz wie die neue Schlacht und das will mal gesagt sein ach Zangbar ich nehm dich gleich auch in die Zange und hau dir eins auf die Wange da wird ja ganz Bange tschüss ähm 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 ach da seid ihr also da seid ihr verschanzen sich hinter diesen Zauern 4 my blade und one hit so ja also der zweite muss ich geiler leider setze ich nicht immer ein ich weiß nie warum ich vergesse dass der geil ist tja passiert doch jedemal allerdings sollte ich später wissen wenn wir weitergekommen sind in dem Spiel so richtig vorletzte Mission oder so was soll's oh Juhu und Schau sorry oh da fliegt da unser Boss das gibt ne lohnt kürze von Guanyu das stört mich aber jetzt nicht wenig hey Guanyu gibt Juhu und Schau sowas zu 1 auf Mütze bei Schlag von Guanyu naja mich interessiert ob Guanyu Flucht wieder da ist wie gesagt ich hab die Story total vergessen weil ich sonst mal Eroberungsmoos gespielt hab bin ich mal gespannt Guanyu ist Flucht sehr interessante Schlacht weil es eigentlich keine Schlacht ist ist nur eine Fluchtmission Guanyu durchbricht die sieben Tore waren es glaube ich mit dem Wagen entkommen von Saozaus Armee Armee ja ich wollte so eine Mischung aus Armee und Armee 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 da soll's Nio Dai Dai Lai Lama schon ziemlich angeschlagen in der Zergürt weil jetzt Sang Liao kommt Chang Liao ne meinti Chang Liao no problem for the mighty Guanyu tschüss alter wie soll jetzt so viel aus dann jetzt tschüss geht doch na wo halt jetzt haben wir auch die Axt des Kriegsgottes alter nein 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 oh zum Glück hat er den Falsche aufgespießt alter du 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 dreckst Kerl jetzt muss ich mich heilen gehen oh yeah alles voll oh wir haben schon eine Doppelleiste Guanyu for the win na gut ich hab Leben erhöht auf Waffe kick der dort da fliegt einer um tut ja wohl nicht so gut und gelähmt wie der gute Lubu und du stirbst auch wieder gute Lubu na gut gute Lubu ist geflohen was soll's interessiert mich herzlich wenig schwing das Ding ey du sollst das andere machen Guanyu bist du denn so schwer vorgegriffen das sollst du mal das räumt viel mehr auf das ist ja nicht dein Zimmer auf gräumt Guanyu und tschüss one hit erfahrung aufsammeln und dann geht's Dong Zhuo an den Kragen den dicken ey digger ach Dio Chan lebt ja auch noch na Dio Chan wie geht's ich Waffe wechseln Guanyu was machst du denn Dio Chan ist letztes Mal am Leben geblieben deswegen stirbt sie in der Shoe Story Nehmen wir uns noch die Abwehr des Kriegsgottes die Rüstung des Kriegsgottes Dong Zhuo dein Ende kommt hier ok noch lange nicht viel hältst du denn aus schützt dich das Fett etwa oder was ist hier los sag es mir doch Digger Kumpel das ist dein Ende Bord und tschüss oh nein Bomben Bombenalarm die Al-Qaida hat zugeschlagen und tschüss tschüss das war's das war mit dir und au revoir mon ami das war mit dir und tschüss Dongzhuang wurde von der Kapitel geholfen. In seinem neuen Kapitel von Chang'an er hat sich bald verletzt und verletzt von seinem Retainer Lu Bu. Endlich, die Gales der Tyrannien wurden aus der Kapitel geholfen. Im Gegensatz zu der Empfehlung der Empfehlung wurde getan, und die Land zurückgekehrt zu dem Chaos von vielen Kriegern. Es gab einen Mann, der hinter sich, aus der Sturm geholfen. Es war Liu Bei, der, in der Krieg gegen Dongzhuang, noch keine Lande zu nennen. Und so hat er die Hilfe von einem alten Freund, Gongsun Zahn. Denn egal wie Liu Bei versucht, zu retten, zu retten, zu retten, die vor allem, die Lande, nicht zu retten. Während seine Gefühle, er konnte nicht aufzunehmen, zu helfen, die Menschen zu helfen. Es war dann, dass eine Reaktion für die Reinforceungen kam von Tauchien, der Shoe Province. Gongsun Zahn, hat Liu Bei und seine Brüder und seine Brüder, sowie seinen eigenen Lieutnant, Zhao Yun. Der Foe war ein Mann, der versucht, das Chaos zu nutzen, um seine eigenen Ambitionen zu erledigen. Er war derjenige, der Erhöhung des Chaos. Zhao Zhao. Jungfei, die Schlacht um, die vorigenen. Oh Gott, das ist gegen Lu Bu. Naja, wenn er sich so anstellt wie eben, und jetzt ein Kinderspiel, aber das glaube ich endlich. Und damit machen wir im nächsten Part weiter. Wir rusten nur noch Jungfei aus. Das passt. Das passt. Moment. So hat er gleich Waffe wie Guadu. immer lieber dass du kriegst keine gesundheit du kriegst der offiziers attentäter congratulations alter so nimm doch an was ich dir gebe froh dass du überhaupt was grüßt ne gibst mir nur ein fleischbärchen pro tag alter chill ja leute falls dieser part euch gefallen hat gibt daumen hoch falls nicht könnt das video auch gerne wieder favorisieren und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag ups mikro fail und ja bis dann und schau macht's gut